Was würde er dazu sagen, wenn ich sage, die haben alles geschnappt und ich spüle das nochmal? Nicht, dass du Vogelgrünze kriegst. Gibt es sowas? Warten gucken. Der Mann, wie heißt der noch, der Mann? Wie heißt noch der Sänger? Ah, David. Wie ist der Mann? Wie heißt er? Wann der Mann? Wie heißt er? Wie heißt er? Wann der Mann über Pedro?